Musik Normalerweise fällt es ihm nicht so schwer aufzustehen. Doch heute, dem ersten Tag im neuen Halbjahr, kostet es ihn Überwindung. Seine Klassenlehrerin hat die Schule gewechselt. Der neue Lehrer hat einen miesen Ruf. Einen unterirdischen sogar. Jedes Jahr bleiben mindestens fünf seiner Schüler sitzen, heißt es. Und er selbst hat gerade mit seinen Noten zu kämpfen. Er weiß, er ist versetzungsgefährdet und der neue Lehrer wird ihm nicht helfen. Mit zitternden Knien sitzt er also auf seinem Mountainbike in Richtung Schule. Boah, schon wieder ein neuer Lehrer. Ich wette, es dreht Treffen. Ich hab voll Schiss. Hey Max, was ist los? Nein, ich hab Angst. Ich hab eh schon zu schmuten. Mach dir keine Sorgen, Max. Ich hab auch Angst vor dem neuen Lehrer. Komm, wir schaffen das zusammen. Hallo, weißt du, wo das Klassenzimmer der 6b ist? Nein, der Schule vielleicht. Kluger Junge, so weit war ich auch schon. Guten Morgen, ich bin Herr Mayer, euer neuer Lehrer. Wollen wir zum Start ein Klassenfoto machen? Ja, du will ja! Mobbing ist doof, weil sich dadurch viele Kinder ausgegrenzt und schlecht fühlen. Ich gehe gerne in die Schule, weil ich viele Freunde habe und es mir sehr Spaß macht. Ich gehe gerne in die Schule bei später Informatik studieren will. Ich gehe gerne in die Schule, weil da die Schule kannst... Ich gehe gerne in die Schule. Untertitelung des ZDF, 2020